Hallo, ich habe gerade den zweiten Monat meines Einjahresexperiments von Fitness für ein Jahr über 54 abgeschlossen und ich war dieses Monat nur fähig, neuen Workouts zu machen. Die Workouts findet ihr hier in dieser Playliste. Der Grund, warum ich nur diese neuen Workouts gemacht habe bzw. in Wirklichkeit habe ich zehn Workouts gemacht. Das zehnte Workout war mit meiner Tochter in ihrem Fitnessstudio ein Langhantel-Workout und ich war so unvernünftig und wollte mit der Jugend mithalten und habe für mich zu viel Gewicht genommen und habe mich zu fest ins Zeug gelegt, was zur Folge hatte, dass ich danach keine Stufen steigen konnte vor lauter Muskelkater. Ich konnte nicht mal mit einer Hand ruhig Kaffee trinken, ohne die Kaffeetasse mit der zweiten Hand abzustützen. Also ich hatte einen Muskelkater so, in diesem Ausmaß hatte ich ihn schon jahrelang nicht mehr und ich werde das auch in Zukunft sicher nicht mehr so machen. Für meinen dritten Monat habe ich geplant, meine Thera-Bänder hervorzukramen und mich den Monat intensiv mit Thera-Band-Workouts zu beschäftigen und ich hoffe, ich kann den einen oder anderen oder die eine oder andere davon überzeugen, auch etwas für den Körper zu tun und ihr macht mit. Wie immer findet ihr die Workouts in der Playliste und es wird auch für das dritte Monat eine Playliste geben mit den Workouts, die ich alle gemacht habe. Ich wünsche euch viel Spaß damit und ich hoffe, ihr macht mit!